Wahre GZSZ-Legenden Seit zwei Jahrzehnten steht das Duo aus Anne Menden, 39, und Jörn Schlöhnfugt, 38, jetzt schon vor der Kamera. Danke, dass ihr dabei seid. Zur Feier des Tages postet die TV-Serie viele Rückblicke auf Instagram. Zu sehen sind die beiden in ihren ersten Jahren als Zwillingsduo Emily und Philipp mit flotten 2000er-Looks. Es ist ein unglaubliches Gefühl, schon so lange Teil von GZSZ zu sein, betont Jörn im Interview mit RTL. Die Lust an der Arbeit ist den beiden noch nicht vergangen. Für ihn sei jeder Tag am Set etwas ganz Besonderes. Auch Anne sieht sich in der Sendung bis zum Rentenalter. Das Jubiläum ist ein Meilenstein in meiner Karriere und in meinem Leben. Ich bin unglaublich dankbar, so lange Teil dieser Produktion zu sein, betont die Schauspielerin glücklich. Beide erwähnen im Interview, wie glücklich und stolz sie über die Entwicklung ihrer Rollen seien. Für Anne sei die Unternehmensgründung ihrer Figur ein absolutes Highlight gewesen. Eines der größten Highlights war definitiv Philipps Abschluss als Arzt. Das hat die Figur auf eine neue Ebene gebracht und mich als Schauspieler gefordert, erklärt Jörn zu seinen besonderen Momenten am Set. Für Anne Menden läuft es ebenso gut am Set wie in der Liebe. Im Oktober gab sie ihre Beziehung zu Reality-Teilnehmer Gustav Mazurek, 35, Preis. Die beiden traten zum ersten Mal beim VAUNET-Event in Berlin auf und bestätigten damit die zahlreichen Gerüchte endgültig. Ihr Partner bekam sogar eine kleine Rolle in der beliebten RTL-Serie. Dort versuchte er mit Annis Rolle als Emily zu flirten. Dich, wenn du dich am Akkuhn aus einem kleinen von Dich, da ab in der Liebe. Darunter bekam sogar eine kleine Rolle in der Bewegung. Das war dieußen als Menschen zum ersten Mal beim VAUNET-Teilnehmer-Machminn. Dich, wenn du dich am Akkuhn aus dem Punkt hast, du dich am Akkuhn aus dem, dass du dich am Akkuhn aus dem Punkt hast. Und das war wie ein Schauspieler ist. Ich kann auch die Gasen aus dem Punkt hast nur noch ein bisschen von Schauspieler sein. Erweilen Sie einen guten Platz sein.